Bachata is calling. Wieso tanzt du gern bei Love2Dance, Tim? Dass ich auch mal die Führung in die Hand nehmen kann. Also wenn ich älter sein soll, einfach nur die Connection, die Mann-Frau-Beziehung. Das ist das Beste. Die Mann-Frau-Beziehung beim Tanzen. Und wieso tanzt du jede Woche hier bei uns? Weil ich lieber zwei Damen im Arm habe, als im Stuhl einzuschlafen. Weil es Spaß macht. Ich wollte schon immer mal tanzen lernen. Da habe ich das hier bei Love2Dance erfahren. Und habe mich eigentlich gleich entschlossen mitzumachen. Weil man schöne Figuren lernen kann. Kommt einfach vorbei, dann wisst ihr, warum ich mich dafür entschieden habe. Macht mega Spaß. Also ich tanze gerne bei Love2Dance bei Sikrum, weil es hier ziemlich heiß zugeht. Und man hier ziemlich viel lernt, in der Praxis umsetzen kann. Und ja, das ganze Tanzen hier mit den Mädels ziemlich viel Spaß macht. Weil ich es einfach liebe. Ich liebe das Tanzen. Und bei Love2Dance kann man das super und wirklich verinnerlichen. heeft oder Teoman. Ja. Also ich liebe das Tanzen. Ich liebe das Tanzen. Deshalb machraube ich mich. Vielen Dank.